Wird es in Zukunft einen Weltkrieg geben? Vielleicht schon in naher Zukunft? Das sagen die einen oder anderen etwas komischen Kandidaten auf YouTube. Und Tobias Huch sagt was anderes, hoffe ich zumindest mal. Denn er hat ein Video hochgeladen, Angriff des Irans auf Israel, Weltkrieg? Alle Fakten, das interessiert mich sehr. Wir schauen uns den Lachs mal an. Lasst gerne ein Abo und ein Like, da würde mich ultra freuen. Und schaut bei Tobias Huch vorbei. Let's go! Das Regime im Iran greift Israel an. Direkt kamen die ersten Schwurblauen Hetz natürlich um die Ecke. Der Dritte Weltkrieg habe begonnen. Andere faselten etwas auf Recht auf Verteidigung durch das iranische Regime. Weil Israel ja ihre Botschaft, also iranischen Boden angegriffen hätte. Schwachsinn. Andere freuten sich, dass jetzt endlich der angekündigte Holocaust an den Juden beginnt. Umso ekelhafter. Selbsternannte Expertinnen und Experten schwurbelten etwas von einer Verschwörung des iranischen Regimes mit Israel. Das ist nun wirklich irre. Aber wie sehen die Fakten eigentlich aus? Was war passiert und was wird passieren? Ich habe ja gestern sehr ausführlich gestreamt. Und da kamen viele dieser Fragen. Deswegen jetzt dieses Video. Auch sehr erfolgreich wurde mir gesagt. Das hat ihm gegönnt. Bisschen zu schnell, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme dieses Video übrigens ohne Cut auf. Also an einem Stück und versuche so möglichst aktuell zu sein. Denn wenn ich das jetzt noch schneiden lasse und es an meinen Cutter gebe, sind wieder 24 Stunden vergangen und es ist nicht aktuell genug. Ich werde vermutlich jetzt auch live auf Twitch sein und das Thema dort umfangreich behandeln. Also dort könnt ihr auch noch Fragen stellen. Der Link zum Stream ist unter diesem Video. Schaut vorbei. Folgt dem Kanal. Und natürlich hier auch dem Kanal folgen. Glocke aktivieren. Like da lassen. Und wir sehen uns gleich auf Twitch. Vorweg. Wenn ich immer mal wieder von der Iran spreche, geschieht das nur, um es einfach auszudrücken. Denn ich meine damit die Islamische Republik Iran, beziehungsweise das terroristische Mullah-Regime in Teheran. Alle Iraner, mit denen ich spreche, hassen dieses schreckliche Regime. Dieses Regime unterdrückt die eigene Bevölkerung brutalst und ermordet täglich Menschen. Teils werden diese an Baugrennen aufgehangen. Die meisten Iraner stehen auch voll hinter Israel. Wie ist denn das in Zahlen, also in Prozentzahlen, wie ist denn der Support von dieser Regierung? Würde mich schon interessieren. Von Antisemitismus bei den Iranern kann also nicht die Rede sein. Wir haben natürlich ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel das Islamische Zentrum in Hamburg, aber die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner, auch hier in Deutschland, sind gegen Judenhass und stehen hinter Israel. Die erste Frage war, ist der Iran das Opfer und verteidigt sich nur? Nein, der Iran destabilisiert die Region seit Jahrzehnten. Und zwar ist der Iran ja nicht nur auf seinem Grund und Boden aktiv, sondern auch im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen. Das jetzt nur ganz vereinfacht ausgedrückt. Wir haben zum Beispiel im Irak, dass die zentrale Regierung in Bagdad von Teheran abhängt. Das liegt auch daran, dass der Irak großteil schiitisch ist, aber der Irak auch eher so unnatürlich aufgeteilt ist. Wir haben oben im Norden die sunnitischen Kurden, die vor allem sophistisch sind, also sehr spirituell und nicht radikal. Im Bauch des Iraks haben wir sunnitische Araber, so auch im Bereich Mosul. Und dann haben wir die Schiiten. Das sind in etwa 60, 65 Prozent des Iraks, die im Süden sind. Und da gab es schon immer Konflikte, denn wir hatten dann auch Saddam Hussein, der ja wiederum radikal sunnitisch war mit seiner Ba'at-Partei und so weiter. Wir hatten noch vor, das Königreich. Dann geht es übrigens auch noch weiter nach Süden. Die ganze Region ist ja, also nicht nur Iran, Irak, sondern auch alles drumherum, ist ja auch sehr, sehr ungefestigt. Und es gibt ja immer wieder Konflikte. Und so richtig sicher kann man ja eigentlich in der Region nur in Israel sein. Oder? Vielleicht noch in Georgien oder so. Syrien, dort haben wir Bashar al-Assad. Und selbst da ist man, also natürlich nicht 100 Prozent sicher, aber am sichersten. Er wiederum Schiit ist, beziehungsweise Alawid, also so eine schiitische Sekte und daher einen sehr, sehr guten Draht, so den Regime hat. Und dort ist dann auch die Revolutionsgarde und diverse Proxys aktiv, wie auch im Irak, sowas wie die Kasch al-Shabi, die PMU. Und dann geht es weiter in den Libanon. Und dort ist es die Hezbollah, die auch sehr, sehr gefährlich ist. Interessanterweise wird dann aber auch die Hamas-In-Gaza-Streifen durch den Iran unterstützt. Und maßgeblich war ja auch der Iran Mitplaner des Terroranschlags oder des Massakers vom 7. Oktober. Die zwei Hauptplaner des größten Massenmordes an Juden nach dem Holocaust wurden vor einigen Wochen in Damaskus, man sagt so, neutralisiert. Das geschah in einem Gebäude des Konsulates. Und da komme ich jetzt zu der anderen Frage hin. Natürlich gibt es übrigens noch die Houthis im Jemen, aber das ist ein eigenes Video. Also die sind dort auch sehr, sehr aktiv und bedrohen auch die Schifffahrt. Also hat Israel die Botschaft des Irans in Damaskus angegriffen? Das wird sehr, sehr gerne behauptet. Aber das ist nun mal nicht wahr. Die Botschaft ist etwas anderes. Wir müssen unterscheiden. Es gibt zwei ausschlaggebende internationale Gesetze. Das ist die Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen und die Wiener Übereinkunft über konsularische Beziehungen. Also die Botschaft, die steht dort und ist absolut unbeschädigt. Ein Gebäude, aber was wohl zum Konsulat gehörte, wurde dagegen zerstört. Israel hat sich dazu nicht bekannt. Und zwei der schlimmsten Kriegsverbrecher, also Planer dieses Massakers vom 7. Oktober, wurden getötet. Man vermute dahinter Israel, das sagt auch der Iran. Und der beruft sich jetzt deswegen auf Selbstverteidigung, was auf sehr tönenden Füßen steht. Nun ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber wer steht jetzt eigentlich an der Seite des Irans? Ich hatte ja eben schon mal ausgeführt, also wir hätten zweimal... Das hört sich jetzt ein bisschen an wie eine Verschwörungstheorie von mir. Obwohl ich eigentlich Verschwörungstheorien hasse. Aber am Ende des Tages sind Kriege im Generellen und vor allem auch solche Kriege, die halt schon auf einen Jahrhundert ungefähr jahrelangen Konflikt aufbauen. So durchworren von so vielen Aktionen. Da kann keiner von uns einen Überblick halten. Außer vielleicht jemand wie Tobias Ucht, der sich hauptberuflich damit beschäftigt. Mehr oder weniger. Und da passiert so viel auch hinter den Kulissen mit False Flag und so viele Angriffe, die überhaupt nicht, weißt du, die gar nicht richtig kommunizierbar sind, die auch kleiner sind und so weiter. Und Aktionen. Und deswegen am Ende da irgendwie so das zu sagen aus Deutschland heraus ist halt sauschwer. Weil du bist einfach nie zu 100 Prozent, also fast schon natürlich in manchen Fällen, aber so zu 100 Prozent kannst du es oft auch nicht sagen. Die Hezbollah, das heißt nicht der Libanon, sondern nur diese Terrorgruppe. Der Libanon ansonsten ist ja sehr, sehr gespalten. Dann haben wir die Hamas, dann haben wir die PMU, also die Rashad Chabi im Irak, dann haben wir die Revolutionsgarde im Iran und Syrien und natürlich in gewissen anderen Bereichen sind sie auch international aktiv, auch terroristisch. Dann haben wir die Houthis im Jemen und dann haben wir Russland und Putin. Der hat natürlich auch ein Interesse, auch weil Drohnen geliefert werden, die dann in der Ukraine eingesetzt werden. Und ansonsten gibt es auch noch China. Denn da kommt immer wieder die Frage, hat der Iran nicht China als Großmacht und Atommacht an seiner Seite? Jein. Aktuell halten sich die Chinesen zurück, obwohl der Iran ja ein sehr, sehr wichtiger Partner im Bereich Energielieferung ist. China sieht aber sehr wohl die Täterschaft des Regimes und sie mahnen dort zur Besonnenheit und halten sich auffällig zurück. China verfolgt natürlich chinesische Interessen und die Chinesen interessieren sich nicht, was morgen, übermorgen oder in ein, zwei Jahren passiert, sondern die Chinesen denken in Jahrhunderten. Wollte der Iran Israel zerstören, ist die andere Frage. Ganz klar, nein. Dieser Angriff war sehr detailliert geplant und sogar teils angekündigt. Und Verteidigungsmaßnahmen konnten daher ergriffen werden. Warum passiert das? Das ist ein wenig kompliziert. Das wollte ich jetzt auch gerade fragen, weil warum sollst du einen Angriff ankündigen? Ja, okay, als Machtdemonstration. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfallen würde, aber sonst macht es ja keinen Sinn. ... und hat sehr mit dem Nahen Osten zu tun, dann muss ich also ein bisschen mit der ganzen Region auseinandersetzen und auskennen. Ich springe mal vier Jahre zurück oder beziehungsweise fünf Jahre. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass vor fünf Jahren durch Donald Trump ein hoher General des Irans, und zwar Qasem Soleimani, getötet wurde im Irak. Qasem Soleimani gehörte so zu den schlimmsten Schlechtern und Vergewaltigern unserer Zeit, ist sozusagen der schlimmste Mensch nach Abu Bakr al-Baghdadi, das war der Chef des IS. Und das war eine riesige Demütigung für den Iran. Der Iran konnte natürlich jetzt nicht die USA angreifen, musste aber in irgendeiner Weise sein Gesicht wahren. Das geschah im Januar 2020. Zufällig war ich zu dem Zeitpunkt in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, im Irak, im Norden um. Das ist jetzt ein bisschen out of context, aber ich würde so gerne mal nach Israel, ne? Mich interessiert das voll. Also einfach mal die Kultur da kennenzulernen, mal zu sehen, wie die Menschen da so leben, wie einfach, klar, das interessiert mich ja, das interessiert mich schon seit Jahren, auch bevor das jetzt im letzten Jahr so hochgekocht ist, aber ich traue mich nicht. Gar kein Bock, da im Flugzeug runtergeschossen zu werden, man weiß nie. Und der Iran schoss Raketen auf diese Region, in dem Fall auch auf US-Stützpunkte, aber absolut ungenau und angekündigt. Also am Tag vorher wusste man schon, wo die Raketen runtergehen, weil der Iran natürlich kein Interesse hatte. Das ist eskaliert. Und dementsprechend gab es die Vorab-Informationen. Der Iran hat dadurch aber dennoch sein Gesicht gewahrt. Ich habe das damals, als ich am frühen Morgen aufgestanden bin, ich bin unüblicherweise um 5 Uhr morgens aus dem Bett gefallen und habe daher den Raketenangriff und die Auswirkungen direkt mitbekommen, kommentiert bei Yahoo, das habe ich auch unten drunter verlinkt, als Raketen getarnte Friedenstauben habe ich das genannt. Und ähnlich geschieht das auch hier. Zwar ein wenig größer, weil wir nicht sehr größer haben, weil natürlich auch große Raketen geschossen wurden, aber mehrere hundert Drohnen, die man auf dem Radar sehen konnte und die ja auch einige Stunden unterwegs waren. Aber ist das nicht voll die Verschwendung? Also sorry, aber das hat doch mehrere Millionen Euro gekostet, diese ganzen Drohnen und Raketen. Hä? Die dann vom Himmel geholt worden sind. Und was wurde denn da überhaupt getroffen? Fragen sich dann wiederum andere. Da haben wir zwei Bereiche getroffen wurden und die sind auch diplomatisch sehr, sehr interessant. So ein Armeestützpunkt, oder? Taktisch. Das ist die Golanhöhen. Das ist ein Gebiet, was von Israel erobert worden ist und was unglaublich wichtig ist für die Sicherheit Israels. Also sie werden es niemals hergeben, weil der Verlust der Golanhöhen Verlust Israels bedeutet. Und das ist eine Botschaft sowohl an Bashar al-Assad, dem Diktator Syriens, als auch an die Chisbollah im Libanon. Sozusagen Solidaritätsgrüße. Dann aber viel wichtiger die Wüste Negev, denn dort sind wichtige Militäranlagen Israels. Und von dort sollen die Flugzeuge gestartet worden sein, beziehungsweise die Raketen, die dann dieses Konsulatsgebäude zerstört haben. So vermutet man. Und das ist dann auch wieder, wenn man sich dann auch die Folgen anschaut, eher ein, sagen wir mal, ein Wink mit, wir wollen nicht weiter eskalieren. Der Iran hat sich auch bemüht in der Nacht, unter anderem über seine ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen, zu erinnern, dass das Thema damit beendet sei. Und dass sie kein Interesse haben, dass es weiter eskaliert. Boah, so ein Clownsverein der Iraner, einfach, ah Junge, die haben wirklich, also einfach darum Eier zu zeigen und um sich zu rächen quasi für den Tod von diesem Typ durch die Amis. Das, meine Güte, wirklich, also ich kann es verstehen, ja, sie müssen halt zeigen, dass sie, dass sie krass sind, dass sie gefährlich sind, dass sie sowas nicht mit sich machen lassen, ich verstehe das schon. Aber da so irgendwie so einen Schwanzvergleich zu fordern, ist schon ein bisschen komisch. Und dass sie damit ihr Gesicht gewahrt haben, beziehungsweise sie haben alles erledigt, was sie wollten und damit sei die Sache erledigt. Vor allem, sie haben nichts, sie haben niemanden getötet, so, und eigentlich nichts zerstört oder nur wenig, ist dann halt auch ein bisschen Doppelmoral, finde ich. So ein bisschen Scheinrache, weißt du, so, okay, wir müssen uns rächen, aber wir wollen uns gar nicht so richtig rächen, dann lass uns so halb rächen, dass es krass aussieht, aber eigentlich gar nicht so krass ist. Ich glaube nicht, dass Israel das so sieht, aber Israel wird hier jetzt auch nicht eskalieren. Da fangen sich aber auch jetzt einige, ja, hat die Hezbollah jetzt auch Israel angegriffen? Hat sie. Aber auch nur sehr, sehr zurückhaltend, extrem zurückhaltend, eher symbolisch. Statt tausende Raketen kamen nur ein paar Dutzend. Man muss dazu wissen, würde der Iran wirklich Israel angreifen, dann würde er natürlich seine Proxys aktivieren. Und die Hezbollah hatte tausende, wenn ich gar zehn... Was sind Proxys? Tausende Raketen, die für Israel gefährlich sind. Gäbe es also einen Großangriff, dann hätten wir in der letzten Nacht zehntausende Raketen beobachtet, die auf Israel geschossen werden und nicht nur ein paar Dutzend. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Jetzt muss man schauen, wer hat Israel in der Nacht überhaupt unterstützt? Da haben wir drei große Akteure, die USA, das Vereinigte Königreich, also England und Frankreich. USA, England und Frankreich haben auch mit ihrer Luftwaffe sehr, sehr viele Drohnen runtergeholt. Aber dann gibt es noch drei sehr, sehr wichtige arabische Akteure und zwar zum einen Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien. Jordanien wahrscheinlich mit das wichtigste Land, denn durch diesen Luftraum sind die meisten Drohnen geflogen. Und Jordanien hat aktiv sowohl mit seiner Luftwaffe als auch mit seiner Flugabwehr Drohnen, die für Israel bestimmt sind, runtergeholt. Ja, besser ist das auch, Junge, wenn durch mein Land da irgendwelche Kampfdrohnen und Raketen fliegen würde, würde ich die auch unterholen. Das ist beeindruckend, gerade weil der König von Jordanien, König Abdullah II. eine sehr große palästinensische Bevölkerung hat. Aber er hat auch kein Interesse an einer Eskalation und erst recht nicht an einem starken Iran, denn auch dieser terroristische Einfluss des Irans bedroht ja auch seine Herrschaft und ihn persönlich. Proxy sind die iranisch kontrollierten Milizen in anderen Ländern. Ah, okay, danke. Wichtig ist es religiös zu sehen, denn König Abdullah II. ist sogenannter Hashimitenkönig. Das bedeutet, er ist direkter Nachfahre des Propheten Mohammed. Und hier haben wir dann den kleinen religiösen Konflikt dort drinnen. Es ist spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber gerade die Unterstützung Jordaniens und die Öffnung des Luftraums für israelische Kampfjets ist ein sehr, sehr positives Signal und schwächt den Iran. Wie steht Israel jetzt da? Da würde ich ganz klar sagen, gestärkt. Und vor allem ist wichtig, dass die Welt gesehen hat, dass der Iran die Region ins Chaos stützt. Jedem noch so Naiven ist jetzt klar, dass seit Jahren das Regime in Teheran für all das Leid verantwortlich ist, was es im Nahen und Mittleren Osten gibt. Niemand kann sich jetzt mehr rausreden und wir müssen schauen, wie wir das neu bewerten. Vor allem Deutschland mit seiner teils pro Regimenähe, mit seinen Wirtschaftsbeziehungen zum Iran. Wie wird Israel deiner Meinung nach reagieren? Die Frage ist wahrscheinlich die... Das Ding ist, wenn die Regierung sich jetzt auch noch vom Iran distanziert, dann werden wieder die ganzen AfD-Ärzen aufspringen. Oh, die Sanktionen, alles wird zu teuer und so. Russland, wir wollen enge Verbindung mit Russland, wir wollen enge Verbindung mit Iran. Hauptsache den Deutschen geht es gut. Ach, geht mir das auf den Sack. Und da lehne ich mich mal ein wenig raus und ich sage, ich denke sehr besonnen. Es wird keinen direkten Angriff auf den Iran geben, denn der Hauptfeind steht vor der Haustür. Nach der Zerstörung der Hamas im Gazastreifen ist die Krispola die größte Bedrohung. Und diese muss lieber früher als später zerstört werden, denn von Tag zu Tag wird diese stärker. Und der Iran kann über den Irak, in dem Fall über die Ninive-Ebene, durch Schengal, deswegen können die Jesiden teils auch nicht mehr in ihr Stammgebiet zurück, über Syrien direkt beliefert werden. Das ist bei der Hamas nicht so einfach, weil sie halt umzingelt ist, sowohl von Ägypten als auch von Israel. Aber die Hezbollah kann ohne Probleme ähnlich wie die Houthis im Jemen ausgestattet werden mit den schlimmsten und größten Raketen. Dementsprechend ist die größte Bedrohung ausgehend von den Proxys der Hezbollah im Libanon und Benjamin Netanyahu wird, so denke ich, dort ein Augenmerk drauf haben und wahrscheinlich werden auch gelegentlich der eine oder andere General in Syrien oder im Irak der Revolutionsgarde, der terroristischen Revolutionsgarde, daran glauben müssen. Warum ist der Iran so eine Bedrohung für diese ganze Region? Das hatte ich ja vorher schon ein wenig ausgeführt. Das liegt einfach daran, dass dieses Regime dort die Vorherrschaft haben möchte und daher überall ihre Proxys installiert. Das ist aber auch eine Bedrohung für die Bevölkerung im Iran selbst. Denn das Regime schreckt nicht davor, auch seine eigene Bevölkerung abzuschlachten. Was würde denn passieren? Gäbe es eine Revolution im Iran von der Straße aus, diese müssten... Ja, das Ding würde mit aller Polizei und am Army Gewalt niedergeschlagen werden. ...wahrscheinlich von verschiedenen Staaten unterstützt werden, voran die USA. Denn ansonsten wird der Iran, beziehungsweise die Mullahs, die werden folgendermaßen reagieren. Sie werden ihre Proxys informieren, das heißt also die Hezbollah oder die Revolutionsgarde stationiert in den anderen Ländern im Irak. Also auch die Khash al-Shabi-Milize, die PMU, die großteils gar keine Iraner sind und den Befehl geben, die eigene Bevölkerung zu töten. Es gibt so den Spruch, dass das iranische Regime noch existieren wird, solange ein Syrer oder ein Libanese, ein Iraker am Leben ist. Das ist ein wenig übertrieben, weil im Libanon ja auch wir eine sehr große christliche Gruppierung haben. Der Libanon war ja ein sehr christliches Land, bis dann die schiitischen Islamisten das Land zerstört haben. Aber es ist dennoch eine sehr, sehr starke Bedrohung. Das war jetzt mal heruntergesprochen. Ganz frei, ohne Cut und ohne Punkt und ohne Komma, um mal einen Einblick zu geben. War auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Ohne ein Skript, ohne das irgendwie aufzuschreiben. Wirklich Respekt. Wie ist die aktuelle Situation? Heißt keine gute Nacht. Lasst euch hier nicht aufscheuchen, dass hier der dritte Weltkrieg droht. Und da hat keiner dran Interesse. Nicht Israel, nicht der Iran, nicht Russland, nicht China und erst recht nicht die USA. Und diese Akteure sprechen miteinander. Deutschland kann da nicht so viel machen. Deutschland beschätzt sich dort sehr, sehr stark. Aber ich denke, die Vernunft wird am Ende siegen. Und wir haben in Israel zwar auch eine Regierung, die durchaus problematisch ist, sage ich mal so. Wir haben aber dort jetzt ein Kriegskabinett, wo auch die Opposition daran beteiligt. Auf jeden Fall. Also in diesem Konflikt zwischen Israel, der Hamas, Palästina insgesamt, Iran, Irak und alle Länder drumherum, gibt es keine Partei, die alles richtig macht. Es ist ganz klar. Und man kann die israelische Regierung, die israelische Politik, israelische Entscheidungen auch zu 100% kritisieren, wenn man das natürlich gut begründet. So wie alle anderen Sachen auch. Und dann werden wir weiterschauen. Ich hatte euch auf dem Laufenden. Ich muss auch schauen, wann ich wieder nach Israel fliege. Ich war jetzt erst letzte Woche in Kurdistan im Irak. Man, ich will mitkommen. Wir haben hier auch einen Angriff des Irans auf Erbil und zwar auf das Flugfeld der Amerikaner, dort wo noch Thronen runtergeholt. Es bleibt also spannend. Schaut jetzt gerne bei mir auf Twitch vorbei, ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Ihr könnt auch gerne eine Donation da lassen, freue ich mich sehr. Denn dieses Video wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht monetarisiert von YouTube. Ey, ich will aber, dass es monetarisiert wird. Freunde, bei mir auch mal gerne hier ein Abo, eine Donation da lassen. YouTube. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen einige dieser Schwurbel-Videos auseinandernehmen. Und für diejenigen, die mich ganz kennen, kurz erklärt, mein Name ist Tobias Huch. Ich bin Journalist. Ich bin seit über zehn Jahren sehr aktiv vor Ort im Nahen Mittel- und Osten, im Irak, Kurdistan und Syrien. Berichte dort, bin auch dort in der Flüchtlingshilfe aktiv und kenne mich mit der Thematik Israel, Iran, Kurdistan, Irak, Syrien. Ich glaube, ich würde sagen, jetzt seit 20 Jahren ganz gut aus. Habe mich da reingearbeitet und versuche das einfach rüberzubringen, ohne dass Menschen in Panik verfallen. In dem Sinne, danke fürs Einschalten und bis dann. Ey, super Video, wirklich Respekt dafür, für mich, der sich nicht krass damit befasst hat. Ich habe mir ein ZDF-Video dazu angeschaut. War das sehr interessant und hat Spaß gemacht zuzuschauen, in Anführungszeichen. Natürlich ist es ein sehr belassenes Thema, aber der hat mich einfach weitergebracht. Danke fürs Zuschauen, schon bei Tobias Huch auf jeden Fall vorbei und lass da Support da. Der hat sich sehr verdient, der hustet sehr und ist auf jeden Fall eine Stimme der Vernunft in einer Zeit der Unvernunft. Bis zum nächsten Mal und ciao!